Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute, ja, wieder leider nur mit René am Start. Servus erstmal. The same procedure as Eric. Ja, du kriegst nicht hin. Ich weiß schon, was du meinst, aber wir haben es leider nicht hinbekommen, mit Benji noch eine Folge zu machen. Hat wegen einem Kind leider nicht hingehauen, deswegen machen wir jetzt nur eine Folge in dieser Aufnahmesession. Ich bin sowieso noch krank, man hört es an meiner Stimme, ich entschuldige mich schon mal dafür. Deswegen wird es heute noch mal ein kleines Q&A an dieser Stelle geben. Und wir hoffen, dass wir dann nächste Woche mit Benji dann wieder zwei, drei Folgen auf jeden Fall schon mal vorproduzieren können. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also eine Woche müsst ihr euch wahrscheinlich noch gedulden, bevor ihr dann Benji auch mal wieder an der Backe habt. Aber ich glaube, ihr vermisst ihn alle, weil wir vermissen ihn nämlich auch so langsam. Ansonsten, ja, René, wie geht es dir? Alles fit bei dir? Sehr gut, sehr gut. Und selber? Ja, ich bin immer noch sauerkältet. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich war Freitag noch in München, Hotel, hatte keine Heizung. Also ich werde jetzt nicht dieses Hotel erwähnen, aber sowas überhaupt zu machen. Ich habe mir nachts den Arsch abgefroren und man hört es mir echt an der Stimme, komplett nasedicht, alles. Aber gut, Folgen müssen aufgenommen werden, ich will jetzt hier nicht rumheulen. Und Tee ist am Start und saugesund ernährt die letzten Tage, damit das alles wieder schnell einfach weggeht, ey. Ja, ich hasse es, krank zu sein, ohne Scheiß. Ja, aber ich habe auch Binder oder Entzündung. Na cool, dann sind wir wenigstens beide heute nicht so fit, dann passt es auch ganz gut, dass wir nur ein kleines Q&A heute machen. Aber wird trotzdem, denke ich, interessant werden für alle da draußen. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank draußen für euren wöchentlichen Support. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch haben die letzten zwei Bitcoin-Folgen gut gefallen. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen. Also wir haben sehr, sehr positives Feedback bekommen, wie das Ganze aufgeteilt wurde in den zwei Folgen etc. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal, hört euch das gerne nochmal an, wenn ihr alles über Bitcoin erfahren möchtet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal rein in die erste Frage. Und zwar habe ich da noch was von der allerersten Folge noch, oder beziehungsweise von der zweiten Folge noch übrig. Und zwar Florian, ich habe jetzt hier den Namen extra erwähnt. Florian fragt, wer bist du eigentlich, hast dich nicht vorgestellt in Folge 1 und damit wurde ich gemeint. Es ist mir nie aufgefallen, dass nur ihr zwei euch in der ersten Folge vorgestellt habt. Okay, wer bist du? Ich bin der Manu, ich bin seit 2020 im Kryptomarkt, betreibe einen YouTube-Channel Kryptomano und bin 27 Jahre jung, alt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber jung. Und ja, mehr gibt es bei mir eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich mache das ganze Krypto bis jetzt seit drei Jahren. Bullrun und einen Bärenmarkt sollte jeder meiner Meinung nach mal mitgenommen haben. Und ich glaube, mehr gibt es zu mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich zu erzählen. Bin nebenbei noch selbstständig und alles, also ja, mehr gibt es da nicht zu erzählen. Aber die Frage, die musste unbedingt abgearbeitet werden. Ich weiß nicht, ihr habt damals auch nicht mehr erzählt, deswegen werde ich das jetzt auch nicht hier unnötig in die Länge ziehen einfach. Aber ich glaube, mehr gibt es bei mir nicht zu erzählen. Größe, Gewicht, ledig. Darüber spreche ich nicht. Gewicht zu hoch, Größe normal. Zu klein fürs Gewicht. Wurscht. Ja, nee, solche Fragen, das interessiert keinen da draußen. Augenfarbe? Was? Augenfarbe? Äh, blau-grün. Brillenstärke? Habe ich keine. Das ist eigentlich nur eine Brille, wo ein Blaulichtfilter drin ist. Das seht ihr alle da draußen nicht gut. Wer die YouTube-Videos guckt, sieht es. Aber ansonsten, ich habe eigentlich gar keine Brille. Okay, sehr gut. Ist aber, ganz ehrlich, ich kann es nur empfehlen, für viele, die am PC hocken und Kopfschmerzen haben, kann ich es echt nur empfehlen. Ist richtig geil. Echt? Ja. Weil ich dich jetzt gerade nachgefragt habe. So lohnt sich dieses Invest wirklich in eine Brille mit Blaulichtfilter? Weil ich hänge ja quasi eigentlich am Tag so 12 bis 14 Stunden am Rechner. Also ich finde schon, ich habe danach keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe es am Anfang, so das erste Jahr, habe ich es absolut ins Lächerliche gezogen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Habe mir so eine Billigbrille da für 10, 20 Euro gekauft mit so einem Blaulichtfilter. Aber ich muss sagen, es hat echt was geholfen. Also ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann viel, viel länger am PC, Laptop, Bildschirm hocken und auch am Handy. Und bist du auch konzentrierter? Ja. Hm, ich kaufe mir jetzt eine. Ja, kannst du nach dem Podcast machen. Ja, stell die Frage, ich gehe schon mal auf Amazon. Ja, da, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich es da kaufen würde. Ist egal. Auf jeden Fall, kommen wir mal zur ersten Frage. Ich gucke gerade hier nochmal, ob ich irgendeine Gute hier gerade noch habe. Nicht Arne, schon Böses. Ist die Erde eine Scheibe? Gut, dass du den Punkt jetzt gerade ansprichst, ne? Ich habe dir doch in der letzten Folge gesagt, du sollst die Klappe halten, zwecks dem Thema, weil Handy Abhörgerät und sowas, ne? Weißt du ja Bescheid. Seitdem. Wir werden alle abgehört. Seitdem kriege ich die Scheiße wieder. Also, dankeschön an dich René, wegen dir kriege ich jetzt wieder solche Werbung überall auf TikTok und was weiß ich was. Sehr geil. Ich kaufe mir für eine Weihnachtsfolge und bastel ich mir so einen Aluhut. So oben drauf, äh, Kleiderhaken. Easy going. Können wir machen. So, darf ich jetzt die erste Frage mal stellen? Die Leute warten hier auch mal ein bisschen. Ist zwar ein bisschen lustigerer Einstieg, aber egal. Ähm, also, ich habe mir den Namen nicht dazu aufgeschrieben. Hallo, meine Frage ist, wie habt ihr euch die Selbstständigkeit erarbeitet? Habt ihr Tipps? Wollt ihr es mit Dropshipping probieren? Vielen Dank. Die Frage schmeiße ich jetzt mal an dich rüber. Real Talk. Das Einfachste vom Einfachsten. Regelmäßigkeit einfach ein Just Doing. Einfach anfangen. Einfach anfangen, googeln, gucken und sich da durcharbeiten. Jeder geht da, denke ich, so ein bisschen anders dran. Der ein oder andere ist da vielleicht so ein Chaos-Genie, hat nicht so einen klaren Tages- und Zeitplan und so weiter, so wie ich stellenweise. Nicht unbedingt der Idealfall, würde ich mal sagen. Aber ich ziehe mich eher zu der Kategorie so ein bisschen Chaos-Genie, Chaos-Mensch. So, ich schnürfe mal viel hier, schnürfe mal viel da, dann komme ich wieder auf neue Ideen, neue Sachen. Ah, das kann man machen im Trading, das kann man machen im Trading zum Beispiel. Und so würde ich das Ganze auch anfangen. Einfach mal so ein bisschen rumgoogeln. Was ist Dropshipping zum Beispiel? Und dann einfach gucken, just for fun, was für Sachen kriegst du auf Adi Barbo und kannst sie auf Amazon verkaufen oder so. Weil ich weiß jetzt nicht eins zu eins, was Dropshipping ist. Ich würde nur auf jeden Fall sagen, kein Geschäftssystem ist ausgelutscht oder so. Jedes Geschäftssystem, jedes Geschäftsmodell funktioniert, solange du es konstant durchziehst und nicht einfach von A nach B immer springst. Finde ich einen guten Punkt. Würdest du, beispielsweise du hast Ahnung von dem Gebiet jetzt sagen, beispielsweise du hast Ahnung von Dropshipping, würdest du dann sagen oder würdest du ihm empfehlen, sofort den Job zu kündigen oder das parallel laufen zu lassen? Boah, das ist so ein 50-50-Ding, würde ich sagen. Das ist auch eine sehr, sehr persönliche Sache, sage ich mal. Ich denke, für viele ist es wesentlich angenehmer, das parallel zu machen. Hat natürlich den Vorteil, ihr kassiert konsequent Einkommen und ihr könnt euch das nebenbei aufbauen. Der Nachteil auf der anderen Seite ist wiederum, je nachdem, was für eine Arbeit ihr habt, macht euch die Arbeit psychisch kaputt, macht euch die Arbeit körperlich kaputt, seid nach der Arbeit nicht mehr motiviert, irgendwas dafür zu machen und, und, und. Zudem habt ihr den Nachteil, kündigt ihr euren Job, habt ihr das Problem, ihr bekommt drei Monate kein Arbeitslosengeld, habt ihr schon mal Sperre, habt ihr den Nachteil? Also entweder, wenn ihr direkt loslegen wollt und sagen wollt, ja, ich setze alles auf eine Karte, dann geht ihr einfach hin und macht es. Sucht euch einen Grund, warum ihr gekündigt wird. Also ich möchte euch jetzt auf keinen Fall zu irgendwas anstiften oder so, aber lasst euch auf jeden Fall kündigen. An der Stelle ist schon mal der Tipp, damit ihr Arbeitslosengeld bekommt. Und ja, wie würdest du das Ganze angehen? Deine persönliche Meinung? Ich habe bewusst jetzt die Frage dir gleich schon mal so gestellt, weil ich glaube, du kennst das auch, gut, du bist weniger auf TikTok oder sowas unterwegs, aber es gibt ja viele Leute, die immer so sagen, ey, kündige doch einfach deinen Job, konzentriere dich full Fokus da drauf. Bin ich zum Beispiel, deswegen hätte mich jetzt gleich am Anfang mal deine Meinung interessiert, wie du das siehst, weil ich sehe das komplett nämlich anders wie, ich sage jetzt mal, so manche Coaches da auf YouTube, TikTok etc. pp. Ich bin eher so der Typ, einerseits kommt es natürlich voll auf deine Verhältnisse an, wenn du Schulden hast, wenn du eine Wohnung abzuzahlen hast und sowas, würde ich niemals von heute auf morgen einfach kündigen und sagen, ich mache jetzt hier mein eigenes Business und weiß nicht mal, ob es funktioniert. Ich finde, wenn du noch Eigentum dazu hast, ist das wiederum eine andere Sache. Das musst du halt bezahlen, dann bekommst du auch nicht direkt Arbeitslosengeld, weil das ganze Spielchen wird nämlich angerechnet. Das Problem hatte ich nämlich mit meiner Mutter, als ich meine Eltern getrennt habe. Wenn dir ein halbes Haus gehört oder wenn dir ein ganzes Haus gehört, das wird zum Arbeitslosengeld mit angerechnet. die vom Arbeitslosengeld sehen nicht, dass das Haus noch abbezahlt werden muss, die sehen nur, sie haben da ein Haus, okay, rechnen wir ihn direkt an das Arbeitslosengeld an. Wenn ihr nichts habt, wenn ihr sage ich mal 25, 26, 27 seid oder so, ihr habt kein Haus, keine gekaufte Wohnung, sondern wohnt zur Miete und so, dann ist das mal eben easier zu sagen, okay, komm, ich lasse mich einfach kündigen und scheiß drauf und ziehe mein Ding durch. Dann kann das Ganze funktionieren, wenn ihr nichts habt, wenn ihr keine Rücklagen habt. Habt ihr Rücklagen, habt ihr ein Haus, habt ihr Eigentum und, 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 wird das Ganze wesentlich schwieriger, weil da will Vater Staat in dem Moment dran. Ja, richtig. Nee, aber wie gesagt, um nochmal zurück aufs Thema zu kommen, ich bin da, ich bin eher so ein Fan, um zu sagen, nee, so parallel einfach laufen zu lassen, so mache ich es ja im Endeffekt auch. Hauptjob, parallel was aufbauen über die letzten drei Jahre und dann den Schritt eben wagen in die komplette Selbstständigkeit, weil, gut, es geht nicht in jedem Arbeitgeberverhältnis, aber ich sage mal so, sobald du im öffentlichen Dienst arbeitest, in größeren, ja, was heißt öffentlichen Dienst oder beim Staat arbeitest, keine Ahnung, hast du die Möglichkeit, ja immer deine Stunden zu reduzieren und so habe ich das im Endeffekt auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, halbes Jahr, zehn Stunden weniger und die zehn Stunden tue ich dann in mein Business reinstecken. Geht bei manchen, bei mir war es halt jetzt so, ich hatte einen Hauptjob, ich habe YouTube, ich schreibe Artikel noch für Kryptoguru, das wissen ja die meisten wahrscheinlich da draußen, baue nebenbei noch was auf und sowas und es geht halt im Endeffekt nicht, wenn du 40 Stunden arbeitest und sowas, dann kannst du nicht noch, ich meine, du kennst das auch, du weißt, wie viel Zeit du in YouTube steckst, du weißt, wie viel Zeit du in das andere außenrum, du brauchst noch Freunde, Familie und so brauchen auch ein bisschen Zeit, so ist es ja nicht. Deswegen bin ich eher so Fan, okay, baue das parallel ein bisschen auf, aber Arbeitszeit reduzieren, damit du mehr und mehr Fokus eben auf dein Business reinkriegst, würde aber wie gesagt niemals, also das ist meine Einstellung, das sagen viele dort draußen anders, viele sagen einfach, nee, 100% Fokus und dann wirst du das erreichen, ich sehe das wie gesagt ein bisschen anders, ich bin zufrieden mit dem Weg, ich bin aber sowieso eher so ein bisschen der vorsichtigere Mensch, was sowas anbelangt, weil wie gesagt Risiko, ist nicht jeder für geboren, manche gehen da einfach rein, okay, Business läuft und sowas und die sagen sich dann, okay, wenn es nichts wird, dann wird es eben nichts, ist auch ein bisschen meine Einstellung, weil ich mir denke, jederzeit kann ich in meinen alten Beruf einfach wieder zurückkommen, weil es jetzt nicht so ein Beruf ist, wo ich sagen kann, ja okay, da komme ich nie wieder rein, das heißt, es kommt immer so ein bisschen auf die beruflichen Verhältnisse an, trotzdem würde ich aber jedem raten, wenn ihr irgendeine Idee habt, was das Business anbelangt, wenn ihr irgendwie aus eurem 9 to 5 oder je nachdem, wie es heutzutage heißt, raus wollt, glaubt auf jeden Fall an euer Projekt, zieht es auf jeden Fall durch, ihr müsst da auch Rückschläge ein, ja Rückschläge widerfahren, das hat jeder, aber dann gilt es natürlich auch dran zu bleiben und ich glaube, das sind so die wichtigsten Ratschläge, wenn man sich einfach so ein bisschen in die Selbstständigkeit reinzwicken will, oder? Oder was meinst du? Rückschläge kassierst du permanent. Permanent. Also wenn es mal zwei Schritte rauf geht, geht es drei, vier Schritte zurück. Also das ist bei mir zumindest stellenweise so, jetzt nicht direkt im Trading, aber zum Beispiel im Programmieren oder Coden, das was hinten rum und so steckt, das ist einfach, du hast das Gefühl, boah, du kannst gerade was, hast gerade was Neues geschafft, liest, siehst was Neues und denkst dir, alter, du bist dumm wie ein Toastbrot so gefühlt, ne? So, das ist wieder so die andere Seite, du musst damit leben, permanent Fehler zu machen und es gibt auch, irgendwer hat ja mal gesagt, dass es ein Buch gibt oder dass er ein Buch schreibt, das nennt sich Tausend und ein Fehler. Nicht Tausend und eine Nacht, sondern Tausend und ein Fehler und ihr werdet Fehler machen und zwar permanent. Die Frage ist nur, wie viele, wie gut lernt ihr draus und in was für einer Geschwindigkeit? Von daher, desto schneller ihr dabei seid, desto schneller übersteht ihr die Fehler und nur weil Manu sehr, sehr viel der Ansicht ist, ey, ihr solltet nicht direkt reinspringen, heißt das nicht, dass das was unbedingt für euch ist, dass ihr das nebenbei machen müsst. Wenn ihr sagt, okay, mein Job macht mich irgendwie kaputt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf oder so, dann go for it, wenn du einfach voll Risiko reinspringen willst. Ich denke, viele labern einfach Müll, dass die sagen, ey, es ist was Gutes, direkt seinen Job zu kündigen. ist es aus meiner Sicht immer wichtig, so beide Perspektiven davon zu betrachten. Ich zum Beispiel, ich bin direkt go for it reingegangen, einfach an der Stelle, so und bei mir läuft es gut. Ich habe auch meine Phasen, wo ich mich echt angeschlagen fühle, wo ich das Gefühl habe, es läuft nichts. Ich bin frustriert, wenn du mal eben 12, 24, 36, 38 Stunden ins Programmieren gesteckt hast, mit der jungs, boah, fuck, ich habe gerade nur 100, 150 Zeilen Code geschafft und die kannst du dann alle auch noch wieder in die Tonne treten. Ist völlig normal. Dann steht ihr am nächsten Morgen auf und macht einfach weiter. Das ist einfach alles und es muss was sein, wofür euer Herz schlägt, wo ihr Emotionen, wo ihr Gefühle reinsteckt, was ihr einfach gerne macht und was ihr liebt. So, und wenn nicht, dann versucht es einfach lieben zu lernen. Down-Phasen gibt es immer und Phasen, wo man keinen Bock hat, gibt es auch immer. Dann gönnt euch auch mal ein, zwei Tage Pause, aber danach muss ein bisschen weitergerasselt werden. Sehr gut gesagt. Also richtig gute Worte, dann muss ich dich echt mal loben. Dankeschön. Bitteschön. Nee, du hast aber auch vollkommen recht. Also, es muss einfach zur Situation passen, ist meine Meinung. Du kannst nicht pauschal sagen, ey, 100% Fokus, natürlich erreichst du dann wahrscheinlich mehr, aber wie gesagt, es muss zur Situation passen, es muss zu deinem familiären Umfeld passen, es muss für dich passen, es muss auf dein finanzielles Umfeld passen, wenn du keine Kohle hast. Weiß ich halt auch nicht, ob ich es dann auch so frei empfehlen würde, zu sagen, jo, mach das. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist anders, ich bin so, René tickt anders und sowas, da gibt es keine feste Regel, straight nach vorne oder sowas, wichtig ist, du musst an deinem Projekt glauben, du musst auf jeden Fall dranbleiben, viel, viel Zeit auch, vielleicht auch mal ein bisschen Bücher lesen, ein bisschen am Mindset arbeiten und sowas, aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele, oder fast jeder es im Endeffekt schaffen kann. Ich meine, guck uns an, im Endeffekt, ich bin zufrieden mit mir, was die letzten drei Jahre gelaufen ist und ich glaube, du kannst auch vollends zufrieden sein, oder? Ja, geht besser auf jeden Fall, ich habe wesentlich größere Ziele und einen Punkt sehe ich wesentlich anders. Wenn ihr nichts habt, so, gerade dann würde ich sagen, go for it, komplett rein, einfach no risk, no fun, weil, Vater Staat, was will euch nehmen? Wir leben in Deutschland, niemand muss auf der Straße sitzen, nur mal so. Stimmt auch wieder. Ich will niemanden zu irgendwas anstiften an der Stelle, aber, jetzt bin ich still dazu. Es gibt genug Möglichkeiten in Deutschland, so ist es ja nicht, ne? Ja, ansonsten, das ist vielleicht auch eine gute Frage, was macht ihr plötzlich, wenn ihr durch Krypto steinreich werdet? Stille. Meine Mutter in Rente schicken, meiner Mutter eine schöne Rente bescheren, meine Freundin wird den Job kündigen, sich dann um Haushalt, Familie kümmern und ansonsten einfach mein Ding weitermachen. So, vielleicht würde ich mir halt, wie gesagt, einfach einen geilen Band kaufen, den mit meinem gesamten Setup ausstatten, Starlink obendrauf und dann ein bisschen durch die Welt fahren gehen und nebenbei mein Projekt machen. Das wird sich nicht großartig viel lernen dann. Weißt du, was ich gerade richtig krass finde? Dass, äh, du erstens sagst, dass du, äh, deine Mutter in Rente schicken würdest und dann auch das mit dem, äh, rumreisen. Aber das mit der Mutter finde ich extrem krass, weil ich genauso denke einfach. Aber viele halt immer erst, deswegen fand ich die Frage jetzt auch sehr, sehr interessant eigentlich, äh, weil je, es gibt Leute, die würden dann sofort sagen, boah, wenn ich jetzt mit Krypto reich werde, ich würde mir sofort ein Lambo oder sowas kaufen, ne? Aber ich finde krass, dass du jetzt dann gleich gesagt hast, okay, nee, äh, Mutter in Rente schicken, finde ich krass. Ja, war ich lange Zeit, glaube ich, auch nicht unbedingt so der Meinung. Habe ich sehr lange und sehr, sehr viel auch drüber nachgedacht. Dieser Gedankenentschluss kam nicht von heute auf morgen, nicht über eine Woche hinweg oder so, denn ich und meine Eltern, wir haben sehr, sehr schwere Zeiten hinter uns. Ich hätte meine Mutter bestimmt fünfmal klatschen können, locker zum Mond ballern können, ohne Rückfahrticket, so gefühlt. Ich denke, das kennt jeder, so jeder hat andere schwere Zeiten hinter sich, so meine mit meinen Eltern war sehr, sehr hart, aber im Grunde hat meine Mutter am Ende des Tages alles sehr, sehr viel für mich aufgegeben, unterstützt mich auch sehr, sehr viel bei meinem Projekt und ich würde dir das gerne gönnen, wirklich vom Herzen her. Schöne Worte, denke ich mir, sowas denke ich mir nämlich auch, weil im Endeffekt natürlich, wenn du es dir erarbeitet hast, sollst du dir auch was gönnen, ist alles schön und gut, aber ich finde, man sollte auch mal an die Menschen wiederum denken, die einem das auch irgendwie erebnet haben oder die sich die letzten, bei mir 27 Jahre, darum gekümmert haben oder sowas, was wird aus dem Jungen etc. pp. Finde ich das schon wichtig, auch in solchen Phasen oder auch, wenn man dann mal ein bisschen zu Geld kommt, auf jeden Fall auch mal ein bisschen an, bei mir auch ist es eher mütterlicherseits, andere Seite will ich jetzt nicht drüber reden, aber da auch mal ein bisschen was zurückzugeben. Deswegen wäre bei mir wahrscheinlich auch das Erste, was ich sagen würde, okay, wenn es dann wirklich reichen würde, zu sagen, ey, okay, mach dir ein schönes Leben, hör auf zu arbeiten und sowas, fände ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt und ansonsten, ja, ich glaube, ich würde trotzdem weiterarbeiten. Also, ich sage mal, wenn du Selbstständigkeit magst und es lebst und ich liebe das einfach, würde ich trotzdem weiterarbeiten. Ja, ich liebe mein Projekt an der Stelle, ich liebe Mathematik so ein bisschen, das logische Denken hinter dem Programmieren, hinter den Bots-Algorithmen entwickeln, das macht mir einfach Spaß. So, und ich würde es permanent weitermachen, du brauchst einfach ein Ziel im Leben, irgendwas, wo du hin willst, weil hast du kein Ziel im Leben, legst du zu Hause rum, hängst du vor der Glotze und Faulheit ist der größte Freund der Depression, so gefühlt. Ja. Und das ist nicht geil. Das ist das Krasse jetzt auch, jetzt wo ich krank bin, denke ich mir auch immer so, ey, für meinen Arbeitgeber würde ich das nicht machen, dass ich mich jetzt früh krank um sieben Uhr vor dem PC hocke und sage, ey, ich mache jetzt hier mal meine Analyse und sowas, oder zwei Videos am Tag, da habe ich mich ins Bett gekuschelt und gut ist, ne, aber irgendwie, ja, man, wenn man, vielleicht ist das so ein Clip auf die Frage davor, so, wenn man Selbstständigkeit ist, dann, äh, tut man da auch für sich viel, viel mehr, oder hat man viel, viel mehr Elan, weil man weiß, okay, man schafft erstens für einen eigenen Geldbeutel, man schafft für sich selber und man beweist es sich im Endeffekt ja auch nochmal selber und ich, auch wenn ich im Urlaub bin, mache ich ja trotzdem meine Videos, etc., pp., ich würde ja niemals, das würde keiner von euch da draußen machen, denke ich mal, außer ihr habt so einen komischen Job, dass ihr euch hinhockt und während eures Urlaubs da euch mal zwei Stunden, äh, hinlegt oder hinsetzt und arbeitet und das ist halt auch Selbstständigkeit, das gehört auch dazu, natürlich soll man, soll sich jeder einen Urlaub gönnen, jede Selbstständigkeit ist anders, aber trotz, auch wenn ich im Endeffekt das, äh, wirklich reich werden würde, komplett, also Reichtum, was, was heißt Reichtum, ich glaube, da sprechen wir schon von, äh, siebenstelligen Summen, aber ein bisschen höher, ähm, würde ich trotzdem arbeiten. kommen wir gerade direkt mal ganz kurz zu einer anderen Frage, wo möchtest du finanziell gesehen ungefähr hin? Äh, erster Step ist, äh, habe ich gesagt, die Millionen bis 30, war mein Step und danach, äh, kommt das nächste Ziel, das habe ich aber noch nicht auserkoren, weil ich lebe, ich setze mir keine exorbitanten Ziele, das habe ich auch noch nie gemacht, das ist auch wieder so ein Ding mit Selbstständigkeit, ich bin eher so, konservative Ziele, die man erreichen kann, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt aber sage, okay, mit 30 will ich die 10 Millionen haben, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, wobei das auch schon wieder falsches Mindset ist oder sowas, aber es ist einfach meine Meinung, ähm, aber das ist so mein Ziel und dann schauen wir mal, wenn das erreicht ist, wenn es früher erreicht wird, ich hoffe es, ehrlicherweise, ähm, schau mal weiter, bei dir? Das Leben gibt dir das, worum du es bittest. Eigentlich darf ich das nicht sagen, es ist wirklich viel Einstellungssache, das ist wirklich so. Eigentlich darf ich das nicht erzählen, was so ein bisschen meine Lebensziele sind, das ist für viele viel zu arrogant, viel zu hoch gegriffen und so whatever, aber im Grunde wäre es schön irgendwie, also wirklich, woran ich arbeiten möchte, ich möchte eine der besten Trading- und Finanzalgorithmen haben, die es auf dem Markt gibt und ich möchte eigentlich meinen eigenen Hedgefonds aufbauen. Das hast du mir ja schon mal gesagt. Ja, mein großes Ziel ist, mein eigener Hedgefonds und damit Geld verdienen. Damit Geld verdienen und oben ein bisschen mitspielen. Es gibt so vieles auf dem Planeten, was ich nicht nachvollziehen kann, was ich einfach verstehen möchte, was in unserer Weltwirtschaft abgeht, was auf unserem Planeten abgeht und in erster Linie möchte ich verstehen, wieso, weshalb, warum. Wenn ich es verstanden habe, dann kann man darüber nachdenken, ob man versuchen kann, daran was zu ändern, weil vorher zu sagen, okay, ich will daran unbedingt was ändern. Finde ich ziemlich arrogant, weil vorher kennt man die Gesamtsituation nicht, weiß man nicht, was alles so abgeht. Aber ich möchte es einfach wissen und verstehen. Neugier ist dahinter mein größter Freund. Wieso, weshalb, warum. Und danach kann man dann... Da musst du aber auch in andere Kreise kommen. Ja. Und wie schafft man das? Mit Geld. Entweder mit Geld oder mit Politik. So, mich interessiert aber nicht direkt das Geld dahinter wirklich. Das Geld ist mir scheißegal. Das juckt mich nicht. Solange ich wirklich einfach mein Zuhause habe, mein Essen habe, mein Rechner habe, das machen kann, worauf ich Bock habe, fühle ich mich reich, fühle ich mich frei, fühle ich mich einfach glücklich. Und so das Geld dahinter ist eine Nebensache. Ob dann irgendwann ein McLaren in meiner Einfahrt steht oder ein Tesla oder ob da meinetwegen nur ein kleiner, was ist ein kleines Auto? Ein Opel Corsa? Opel Corsa. Genau. Oder ob da ein Opel Corsa steht, ist mir scheißegal. Das Auto bringt mich so oder so von A nach B und das juckt mich alles nicht. Von mir aus gerne ein, zweimal im Jahr im Urlaub fliegen, meinen Kindern, wie gesagt, ein schönes Leben ermöglichen, meiner Mutter ein schönes Leben ermöglichen, meiner Frau. Und dann bin ich einfach absolut zufrieden. Mehr will ich einfach nicht. Wir haben ziemlich gleiche Ansätze, fällt mir schon so auf. Finde ich aber gut. Auch wenn immer mal so ein bisschen Gegensatz natürlich da sein muss, aber vom Ding her stimme ich dir absolut zu. Mutter, Familie, Kinder irgendwann mal. Wenn die abgesichert sind, ist alles gut im Endeffekt für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall. denke ich mal. Ja, aber für Kinder muss Frau erst zu Hause sein. Ich stehe komplett auf dieses alte Weltfamilienbild. Frau kümmert sich um Kinder und ich kann mein Ding im Grunde machen. Nicht zu diesem Thema sagen. Das kommt noch. Das habe ich noch auf der Liste stehen. Also Spoiler hier nicht zu viel. Weil da können wir uns auch gerne nochmal, ich glaube, darauf habe ich eigentlich gedacht, das machen wir heute, wenn Benji dabei ist. Weil der ja momentan eher in dieser Situation ist und deswegen würde ich ihn nämlich gerne dabei haben. Deswegen nichts dazu sagen, das ist hoffentlich der nächsten Folge, wenn nicht, müssen wir es leider zu zweit machen. Aber da freue ich mich schon extrem drauf, weil da habe ich auch schon ein paar Seiten und sowas hier offen, weil ich suche mir jetzt immer ein bisschen mehr Zitate, weil das auch immer noch ein bisschen gewünscht war. Ich soll das nochmal ein bisschen mehr reflektieren. Aber gut, kommt auf jeden Fall auch. Ja, auf jeden Fall nochmal, um auf das Ziele zurückzukommen, finde ich aber, ich finde es gut, dass du es jetzt gesagt hast, weil es gibt keine zu hohen Ziele. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das den Leuten vielleicht mal da draußen zu sagen, deine Ziele sind für dich, die sind nicht für, also klar, du kannst sie nach außen hin posauen, aber vorsichtig sein, ob du wirklich Reflexion darauf willst. Wenn ich jetzt, oder wenn René mir jetzt sagt, hey, er will einen Hedgefrood machen und ich lache ihn einfach dafür aus, erstens gehört sich das nicht, zweitens ist es aber eine abnormale, oder eine ganz normale Reaktion von vielen Leuten da draußen, die dann sagen, wie, du willst einen Hedgefrood machen und sowas. Du weißt aber nie, wie es im Endeffekt bei der anderen Person drüben ankommt. Das kann jetzt genauso sein, wenn ich jetzt René hier auslache, dass der mir das übel krumm nimmt und sowas. Ich glaube jetzt nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, aber trotzdem. Dann wärst du trotzdem ein Arsch gewesen. Ja, ich weiß, deswegen, ich finde, das gehört sich nicht und ich glaube, das ist, also mir ist es zumindest auch oft vorgekommen, in den letzten drei Jahren, wenn du irgendwelchen Leuten irgendwas von Zielen erzählt hast oder du willst das machen und das machen, gibt es genug Leute, die die ersten Steine in den Weg legen, zweitens überhaupt nicht an dich glauben und drittens sagen es, ach nee, lass es doch, es läuft doch alles so gut, wie es ist. Da gehen dein Hamsterrad zurück, so gefühlt. Damit muss man natürlich auch komplett klarkommen in der Selbstständigkeit beziehungsweise auch mit solchen Worten und ich finde deswegen, Ziele, ja, man kann sie nach draußen posauen, aber erstens muss man dann natürlich mit Gegenwind rechnen und zweitens finde ich, die Ziele sind für einen persönlich wichtig und nicht für andere Personen draußen. Erstens, die können machen, was sie wollen, die können in ihrem Hamsterrad bleiben oder sonst was, was man dazu sagt, aber ich finde da einmischen oder Negativgerede gehört da eigentlich gar nicht hin, weil die Ziele muss jeder für sich selber oder jeder mit sich selber klarkommen, oder? Ja, ich stimme dir eins zu eins zu, aber es gibt mehr als genug Menschen da draußen, die versuchen, euch das kaputt zu machen. Ja. So gefühlt hat jeder Mensch Spaß daran, andere Menschen Dinge kaputt zu machen, andere Menschen schlecht zu reden, hinterm Rücken zu lästern oder whatever an der Stelle. Deshalb ist es vor allen Dingen in bekannten Freundeskreisen, so habe ich die Erfahrung gemacht, keine ideale Idee, dort Ziele, Preis zu tun oder whatever oder mit den Menschen auch darüber zu reden, sondern behalte es lieber für dich und überrasche sie am Ende des Tages. Gibt meistens so ein bisschen besseren Effekt für die Psyche, also habe ich bis jetzt halt die Erfahrung gemacht. Von daher habe ich mich damit eben auch so ein bisschen schwer getan, um das zu erzählen, aber im Grunde schon hinten übergefallen. Top. Nächste Frage. Wir haben schon 27 Minuten. Noch eine Frage. Boah, willst du echt noch eine machen? Ja, eine machen wir noch. Wir schweifen die mal komplett aus. Ja, nee, das Hauptding war ja im Endeffekt das mit der Selbstständigkeit und irgendwie kommen wir immer wieder auf dieses Thema, deswegen hätte ich jetzt die Folge erstmal so gelassen. Weil das Gute ist die Selbstständigkeit. Ich habe noch Bock auf eine. Hä? Ich habe noch Bock auf eine Frage. Ah, okay, dann muss ich doch nochmal eine raussuchen. Warte, warte, warte. Ja gut, ich hätte noch was für eure Wünsche, Träume, die ihr erreichen wollt. Kommt sehr aufs selbe hinaus, aber was sind deine Wünsche und Träume? Naja, meine Ziele zu erreichen, einerseits natürlich gesund zu bleiben, Familie zu gründen und das Land zu verlassen. Bei dir? Ja, Land verlassen gehört auch dazu, glückliche Familie, guten Wohlstand aufbauen, dass ich mir eigentlich um nichts mehr Sorgen machen muss. Ansonsten sportlich auch wieder fit, gut auf die Beine kommen. Oh ja. Ansonsten, was hat man sonst das so für Wünsche und Träume? Ich weiß das an der Stelle nicht. Ich hätte eigentlich noch ganz gerne zwei, drei Monitore, noch einen Rechner, fände ich eigentlich super, einen in weiß, meinen in schwarz finde ich hässlich. Ich hätte gerne noch eine bessere Kamera zum Aufnehmen für mein Face-Gesicht und neuer Bürostuhl wäre auch noch super, wenn wir jetzt gerade so dabei sind. Ja, wir haben ja bald Weihnachten, das kannst du ja auf deine Weihnachtstiste draufschreiben. Ja, kaufst du mir einen Bürostuhl? Ich kauf dir keinen Bürostuhl, ich bin arm. Och bitte. Wünsche dir einen vom Weihnachtsmann. Übrigens, für alle da draußen seit drei Tagen läuft Weihnachtsmann und Co. KG. Die Weihnachtszeit ist eingeleitet und Halloween ist vorbei und Mariah Carey kann wieder All-I-One-For-Christmas-Is-Using. Super, ich kauf aktuell The Big Bang Theory. Ne, Weihnachtsmann und Co. KG. Kennst du das nicht? Doch. Das war immer voll langweilig. Das ist doch nicht langweilig. Alter, das ist Kindheit. Nein, das ist langweilig. Das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Kindheit ist Scrubs, The Big Bang Theory und Two and a Half Men. Ja, stimme ich dir zu. Aber zu Weihnachten gehört Weihnachtsmann und Co. KG und Gutes. So, das war jetzt die letzte Frage. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ist das okay, Alter? Noch eine? Nein, es gibt jetzt nicht noch eine. Ist gut jetzt. Gib dich mal zufrieden. Ich weiß, du bist ein bisschen overhyped, aber ich bin noch krank und ich will ins Bett hier. Weil wir nehmen hier gerade um... Hörst du ein Mimimi? Ja, wir hören ja, Mimimi, es ist halb elf und ich will irgendwann pennen gehen. Auf jeden Fall. Das alte Manu hat keinen Bock, Podcast für euch aufzunehmen. Ich hab Podcast. Ich hab Vollpo, Alter. Ich nerv euch seit einer Woche und wir kriegen keinen Termin zusammen. Und jetzt sagst du, ich hab hier keinen Bock. Es ist halb elf. Ich bin krank. Es ist irgendwann mal gut. Gönn mir doch auch mal meinen Frieden. Auf jeden Fall. Nein. Und ja, war wieder eine coole Folge. Nächste Woche hoffentlich dann mit Benji und dann wieder zwei sehr, sehr interessante Folgen, die ich da vorbereitet habe. Weil eine Folge, die hab ich dir schon angeteasert, René, aber ich hab dir ja nicht gesagt, um was es da ging. Aber das hat ein bisschen was mit persönlicher Erfahrung von letzter Woche zu tun. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Da hätte ich aber, wie gesagt, gerne Benji dabei. Ansonsten gebt euch die letzten zwei Bitcoin-Folgen. Die haben sehr, sehr viel Bock gemacht mit Jonas von CryptoGuru. Und ansonsten, ja, Like, Abo, was weiß ich. Teilt den Podcast überall, wo ihr Bock habt. Spotify, Deezer, Apple, überall. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, weil der Podcast ja an einem Freitag rauskommt. Und, oder besser gesagt, ein schönes Wochenende. Und die letzten Worte hast wie immer du, René. Habt ihr das gerade gehört? Jetzt macht ihr mir mit einer Story hier lange Nase und erzählt das nicht. Das ist schon echt gemein hier, ne? Ja. Muss schon. Nee, nee, nee. Nee, weil ich einfach eure Reaktion dann nächste Woche oder in den nächsten Tagen halt dann sehen möchte oder hören möchte, was ihr einfach dazu sagt, weil es mich einfach letzte Woche komplett einfach angepisst hat, diese Situation. Aber gut, mehr dazu nicht. Du hast jetzt das letzte Wort und von mir, ciao, ciao schon mal und du hast das letzte Wort. Ich wünsche euch allen auch ein wunderschönes Wochenende. Liken, kommentieren, nicht vergessen, eure Meinung gerne unten drunter schreiben. Und ansonsten, schreibt gerne Wunschthemen drunter, worüber ihr Bock habt, dass wir uns an der Stelle auch mal unterhalten. Stimmt. Und ansonsten, Boing Flip! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.